Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zum Video. Einige von euch werden sich an dieses Video hier im Kanal erinnern. Lächerlich, EU verbietet OLED-Fernseher. Und es ist tatsächlich nämlich jetzt so, seit dem 1. März sind verschiedene Fernseher in der EU zu verkaufen und auch dementsprechend zu kaufen verboten. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das Video ist vom Ende November letzten Jahres, habe ich darüber berichtet, unter anderem hier über diesen Artikel, der ist jetzt aktualisiert worden zum 1. März. Das OLED-Fernseher vor dem Aus, EU beschließt das Verkaufsverbot, hieß es damals. Und das Ganze geht jetzt noch ein bisschen weiter. Der Stern hat jetzt auch hier nochmal darüber berichtet. Die EU verbietet den Verkauf von Riesenfernsehern ab dem 1. März. Das steckt dahinter. Und hier geht es speziell um den Stromverbrauch, den Fernseher benötigen. Und dann geht es speziell darum, dass der über eine spezielle Berechnungsmethodik, so heißt es hier, nämlich berechnet wird. Ob der Energie, also wie die Energieeffizienz aussieht. Und logischerweise, wenn du einen größeren Fernseher hast, bedarf der natürlich ein bisschen mehr Energie als ein kleinerer Fernseher. Und dann heißt es nämlich hier, durften Geräte mit HD-Auflösung bisher einen sogenannten Energieeffizienzindex von 0,9 nicht überschreiten, sinkt dieser nun auf 0,75. Bei Modellen mit einer Auflösung über 4K sind es nur 0,9 statt bisher 1,1. Der Index basiert auf einer komplexen Berechnungsmethodik und bezieht verschiedene Parameter ein. Grundsätzlich gilt aber, kleiner desto besser, also sparsamer. Und Leute, was hier passiert in dieser EU, das ist wirklich nicht mehr feierlich. Das ist nicht mehr normal. Ich frage nämlich jetzt hier, wie soll ich denn jetzt meine schönen GEZ-Sendungen, Traumschiff, Tagesschau, Tagesthemen und wie die tollen Sendungen alle heißen, möglichst groß sehen können. Nein Leute, es ist einfach nur irre. Und effektiv kann man nämlich wirklich von einem Verbot für 8K-Fernseher sprechen. Besonders für sehr große Geräte und solche mit 8K-Auflösung hat die Neuregelung dramatische Folgen, heißt es hier. Hier waren sie bisher von der Regelung ausgenommen, gelten sie nun plötzlich durch die neuen niedrigeren Werte für 4K-Geräte. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wisst ihr, hier vor ein paar Monaten klang das noch, ja, das betrifft ja nur die und so hin und her. Und jetzt, dann wenn es dann kommt, da wird nochmal die Schippe draufgelegt. Man nimmt hier erstmal den Shitstorm mit und danach, da kommt die richtige Nummer. Da kommt die richtige Nummer, die dann natürlich auch den Handel immens kosten wird. Ja, wer aktuell einen neuen Fernseher benötigt, der kann sich natürlich über 65 Zoll und alles, das sind die meisten Geräte, die das dann halt betrifft und mit 8K und sonst was, natürlich jetzt noch einen holen, wenn er den vor Ort im Laden sieht. Den darf man noch verkaufen. Das ist quasi ein Abverkauf, der jetzt stattfindet bei den verschiedenen Händlern. Sobald die Fernseher ausverkauft sind, wird es keine mehr geben in der EU. Überlegt euch das mal, was hier passiert. Aber das ist die gleiche Situation, hatte ich in meinem Video im November auch mit drin, so zum Beispiel Staubsauger. Dass Staubsauger nur noch bis zu einer gewissen, hier mit dem Energielabel und so weiter, bis zu einer gewissen Saugleistung haben dürfen. Du kannst es dir einfach nicht mehr ausdenken, was uns hier alles aufgetischt wird für die Umwelt und so weiter und so fort. Schreibt eure Meinung unten rein. Wie groß ist euer Fernseher? Schreibt das mal rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.